Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Horse Reality. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr. Wir haben heute eine Menge zu tun. Wir haben ganz, ganz viele neue Fohlen und erwachsen gewordene Pferde und so weiter und so weiter. Als allererstes aber die brandneuen News halt eben, die Horse Reality ganz aktuell rausgebracht hat. Und zwar gibt es da verschiedene Themen und zwar einmal die Reitschulklicks und Auszahlungen, die wurden aktualisiert. DeLorean sucht einen Spielproduzenten und einen Community Manager, da könnt ihr euch für bewerben. Norman Corp Bugfix bringt einen weiteren Farbton der Leberkastanie, verschwommene Pferde und wie man sie repariert. Ja, Video 3 der Grauschuppung des Exmo Pony Hengstes, das könnt ihr euch dann so halt eben dann auch angucken. Ja, warum werden Änderungen in der Wirtschaft vorgenommen und warum überhaupt diese Änderungen? Der nächste Hintergrund steht uns bevor. Der kommt schon am Montag. Kleiner Spoiler vorweg. Und ja, willkommen den neuen Moderatoren, die natürlich hier so ein bisschen aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht hier. Ja, kommen wir als allererstes zu den Reitschulklicks und Auszahlungen. Was ist neu? Mehr Horse Reality Coins pro Klick? Und ja, das habe ich schon feststellen können. Und zwar ist es zum einen so, dass ich statt 50 Horse Reality Coins hier 195 Coins bekommen habe und jetzt auch schon zum nächsten Punkt gehen kann. Gehen wir mal auf Work. Na komm. Zack. Und wow. Wow. Das hat richtig Punkte gegeben. Ich glaube 250 oder so. Ja, hey. Super. Also, mehr Horse Reality Coins pro Klick. Mehr XP pro Klick. Aufgabentimer laufen länger. Weniger häufiges Klicken und weniger Zeitaufwand erforderlich. Sehr schön, gerade für, ne, viel Arbeitende wie mich. Nein, Spaß. Aber, ne, wer halt eben nicht so Bock hat, andauernd da rumzuklicken und gerade, weil ich ja auch ein bisschen, ja, fast wieder neu anfangen musste mit meinem Stall. Durch den Wechsel, ne, das NL halt eben aufgehört hat. Da gab es ja dann so viele Probleme, dass ich gesagt habe, ich gehe auf den NL-Server und ich habe die Schnauze voll. Ja, schalte die schön bezahlten Aufgaben früher frei. Überprüfe und vergleiche die genauen Zahlen in unserem Wiki. Das ist nämlich das, was jetzt gerade passiert ist. Früher war, glaube ich, 250 Mal klicken und dann kam erst der dritte Schritt. Und jetzt hatte ich 221 Klicks und konnte direkt wechseln. Richtig cool. Heißt für mich, ich komme schneller wieder dahin, wo ich gewesen bin. Und das freut mich sehr. Ich bin so erleichtert. Ja, gerade neu hinzukommende Spieler sollten dadurch natürlich auch in der Lage sein, genügend Horse Reality Coins zu gewinnen, um in den ersten Spielmonaten finanziell gut unterstützt zu sein, steht hier. Und erfahrene Spieler, ja, müssen die Reitschule nicht mehr so oft besuchen, um die gleiche Menge Geld zu bekommen. Also, wenn ihr natürlich 3, 4 Klicks braucht, um 500 Coins zu bekommen oder ihr braucht nur ein oder zwei, ist das ein Riesenunterschied und eine Riesenzeitersparnis. Richtig cool. Und dann, natürlich, ob ihr für Horse Reality arbeiten wollt, das könnt ihr euch durchlesen. Und dann ist dieses hier, die alte Fuchsfarbe, das ist die neue Leberfuchsfarbe. Schön finde ich beide. Also, wobei ich ja lieber die Flexen habe und auch Flexen gerne züchten möchte bei der Norman Cops. Aber gut, da hat ja jeder sein eigenes und das sind halt die alten und neuen Versionen. Ja, Problembehebung, verschwommene Pferde gibt es offenbar in diesem Game. Da gibt es hier halt eben dann Tipps, wie man das beheben kann. Speedpainting-Video, das ist auch immer richtig cool. Schaut euch das ruhig mal gerne an. Ja, warum werden Änderungen vorgenommen? Es sollen wohl auch Änderungen vorgenommen werden. Ja, dass halt eben auch die Wettbewerbe, Competition, Konfo-Auszahlungen, dass die sich halt eben ändern sollen. Ja, das soll so ein bisschen, weil sie Auswirkungen des heutigen Reitschul-Upstairs basieren werden. Also, da wird noch nichts mitgeteilt, nichts Genaues. Aber auch da wird wohl dran gearbeitet und ich bin ein wenig, ja, excited und gespannt, was da halt eben dann kommen wird. Ja, und dann haben wir das hier, der nächste Hintergrund. Yangi Kala Canyon Hintergrund. Oder Yangi, 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 wie auch immer man den aussprechen mag. Ja, der kommt am Montag und war früher ein Ozean und wurde im Laufe der Zeit zu einer atemberaubenden, farbenfrohen Felsformation. Den gibt es also wirklich. Es liegt im äußersten Nordwesten von Turkmenistan, der Heimat der Ahatekina-Pferde. Okay, deswegen natürlich auch dann der passende Hintergrund. Aber auch andere Rassen rocken den Look, wie ihr auch sehen könnt. Da sind verschiedene Rassen jetzt mal abgebildet und ich finde, ja, also es passt für alle irgendwie. Ist also jetzt keins, was da irgendwie überhaupt nicht so passt. Ja, und es werden neue Moderatoren willkommen geheißen. Dann gibt es hier wieder ein Kunstwerk, ja, was da halt eben wieder zu sehen ist. Ja, und ihr seht hier, da geht, ich glaube, ist das Gisela? Ich weiß gar nicht, ne? So ein bisschen geht die mit einem Pferd wieder los auf die Wiese und züchtert nicht schon wieder. Da sehe ich mich. Das ist absolut ich. Also jetzt nicht unbedingt, dass ich jedes Mal weine, um Gottes Willen. Das ist mehr so ein gedankliches Weinen. Aber manches Mal weint man dann doch. Ob ich das jetzt hier bei den eigenen Fohlen gemacht habe, das sehen wir jetzt. Perfekte Überleitung, oder? Sagt schon. Also die war wirklich gut. Ja, das erste selbstgezüchtete Fohlen bei den Achatekinern. Da haben wir den Starlord. Der war mal selber bei mir im Stall. Und Starlord, ja, hat diese Mischung hier hervorgebracht. Das ist ein Fuchsfohlen, eine kleine Stute mit 654 GP und zwei, vier, very good. Leider einem Average, aber gut. Da es eine Stute ist, kriegt man das rausgezüchtet. Vor allen Dingen ist es in Hinterbeinen. Also, ja, muss man mal gucken. Ich habe noch nichts getestet, aber Halfter hat es schon. Sehr schön. Wenigstens das habe ich schon mal zustande bekommen. Ja, das erste richtig gezüchtete Fohlen. Und da haben wir Soraya, meine Rabicanu-Stute, die ich am Markt erstanden habe. Zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr günstig. Mittlerweile, die Preise, die sind durch die Decke geschossen. Und die sind fast nicht mehr zu bezahlen. Ich bin gespannt auf das erste Fohlen von ihr, denn die habe ich auch schon gedeckt. Ja, da muss man dann mal gucken, wie sich das so entwickelt. Aber die bleibt auf jeden Fall Suti Rabicano. Also, was will ich mehr? Und die ist einfach nur wunderschön geworden. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das passt wirklich gut. Ja, dann kommt eine kleine Überraschung rein. Ja, Dani Brabanter. Ja, Dani hat wieder einen Brabanter reingenommen, beziehungsweise eine Brabanter-Stute. Ich habe die gesehen und habe gedacht, ach komm, mach einfach mal. Und ja, da ist sie, die Greta. Die hat 9 Very Good, 3 Good und ein GP von 484. Ja, hier, Kanta, Galopp, Good. Das ist das, was schweißtreibenderweise eine Juki und ich und noch viele, viele andere versucht haben rauszubekommen, dass da endlich ein Good steht. Ja, jetzt ist natürlich dann die Frage, stelle ich mich dieser Herausforderung nochmal oder probiere ich es einfach nur so mal aus? Ich denke, ich werde einfach mal schauen, was passiert. Die Kleine ist ja eh erst acht Monate alt und da wird es eh noch dauern, bis die zur Zucht bereit ist. Genauso wird es auch bei dieser Überraschung hier noch etwas dauern, dass, ja, muss ich das mal, doch ist auf Englisch. Die Kleine Maus hier ist eine Wedge-Pony-Stute, die ich noch nicht getestet habe. Das holen wir mal direkt nach. Doppel-E-A und das war's. Das ist 557 GP. Ranger und Lev sind die Eltern. Ja, mich hat in erster Linie halt irgendwo die Konfi angezogen und ich habe einfach gedacht, ach komm, nimm sie nochmal rein, probiere es nochmal mit den Wedge-Ponys, einfach mal gucken, was so passiert. Ob sie bleiben werden oder nicht, das wird die Zukunft zeigen, aber erstmal sind sie wieder reingekommen. Genauso wie sie hier, Celebrian oder Celebrian. E-A und Silver haben wir hier, 523 GP und 10 Very Good, 2 Good. Dann habe ich natürlich auch noch einen passenden Hengst dazu, der hat mir farblich super gut gefallen. E-A-G-Dann-ND2, 8 Very Good und 559 GP. Okay, Brown Point, ja, der kann natürlich noch ein bisschen was tun, was die Konfi angeht, aber an sich ist das natürlich eine bombengute Sache, dass der halt eben diese tolle Farbe auch hat. Nach der Farbe hatte ich immer auch so ein bisschen Ausschau gehalten, aber nie so richtig gute Pferde gefunden damals und jetzt, ja, probiere ich es einfach mal mit ihm. Dann sind wir bei den Trakenern. Da ist eine kleine Stute zur Welt gekommen. Ja, meine, da können wir jetzt gerade nicht mehr testen. Hoppala, da gehen wir wieder zurück. Aber da haben wir 5 Very Good, ein GP von 700, was ja gar nicht mal so schlecht ist. Winning Hand ist der Vater, der steht bei Uncanny Valley. Okay, da gehen dann mal Möhrchen hin und die Mama ist Fink Red Double Splash. Ja, wird aber eine Fuchsstute sein, nehme ich an, mit höchstens Splashed, aber glaube ich auch noch nicht mal. Muss man dann mal sehen. Ja, dann haben wir hier nochmal ein Fohlen bei den Trakenern. Ein Hengstfohlen in dem Fall, 731 GP. Da wird Cream drin sein, garantiert. 4, 6, 8, 9 Very Good. Und das sind die Eltern. Ja, da ist auf jeden Fall Cream drin. Wenn nicht sogar Doppel Cream, weil die Mama hat es auch. Aber ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Und ich weiß, ich mag Cream nicht so gerne, aber einfach mal gucken, was so passiert. Dann sind wir bei dem Finn Horses. Und die kleine hier, die habe ich schon getestet. Sie hat 660 GP, 1A und Splash White 1. Da ist Orange Sands der Papa. Da hatte ich fast die Hoffnung, dass die Blässe halt eben dann dunkel wird. Aber ist auf jeden Fall, soweit ich das sehen kann, Sabino Fohlen. Berichtigt mich gerne, wenn ich falsch liege. Ich möchte Ihnen keinen Mist erzählen. Aber auf jeden Fall ein gutes Fohlen, glaube ich. Und erstmal solide Werte. Da kann man halt eben drauf aufbauen. 6 Very Good. Ja, was will man erstmal mehr? Dann habe ich hier den kleinen Quid. Cremello Done. Hier seht ihr es auch. Doppel Cream, Doppel Done. Doppel E und A. 579 GP. Und 2, 4, 5. Very Good. Da ist der Papa Arizona's Ginosso. Den hatte ich in liebevolle Hände von Gisela gegeben zur Betreuung. Und ja, hatte aber noch Samenfläschchen und habe es einfach probiert. Scheint. Habe jetzt noch keine Werte, aber erstmal eine tolle Verpaarung gewesen zu sein. Dann haben wir hier ein Haflinger Fohlen. Ein kleiner Hengst mit 565 GP. Doppel A, das ist klar. 2, 4, 6. Very Good. Und da ist der Papa. Hashtags Nougat. Der steht auch bei mir im Stall. Ja, Blässe finde ich total schön. Die ist so ein bisschen, ja, wie so ein, ja, was sieht man da drin? Könnte ein Blitz sein. Kann aber auch hier wie so eine Nase irgendwie. Ach, schreibt mir gerne mal eure Ideen, was man hier in dieser Blässe vielleicht seht. Vielleicht habt ihr auch Namensvorschläge. Ich sammle die und mal gucken, dass ich meine Fohlen und Pferde mal irgendwann, ja, zur Benennung bekomme. Irgendwie fehlt mir auch die Zeit so ein bisschen. 565 GP hat dieser kleine Hengst hier. 2, 4, 6, 7, 8. Very Good. Und da ist Symphonies Dream. Der Vater und Laura's Nando ebenfalls ja neu in meinen Stall gekommen ist. Die Mama. Da haben wir eine lange Blässe. Das ist da eher dann halt eben etwas normaler als die gerade eben. Ja, dann haben wir ein Island-Pferdchen Fohlen. Eine kleine Stute mit 671 GP. Ein A1 Silver Splash White 1. Und da ist, ja, ist auf jeden Fall Flexen, wie man sehen kann. Sind beides Flexen-Eltern. Eine 83 bei der ersten Konfi. Ja, ist noch ausbaufähig, aber da warte ich noch ab, wie sich das entwickelt. Ein Hengst Fohlen mit 695 GP. Das GP ist schon mal super. Wir haben 10 Very Good, wie ich hier sehen kann. Und Dimas Solon ist der Vater und Lea die Mutter. Und da haben wir eine 86 als erste Konfi. Auch da noch steigerungsfähig. Aber bei den Isländern habe ich häufig erlebt, dass die Konfis erstmal nicht so schön sind und sich dann halt eben steigern. Dann haben wir hier nochmal ein Stutfohlen bei den Isländern. 676 GP. Ein E, ein Dann. Und da ist er hier, der Vater. Steht bei Yuki. Guck mal hier, Yuki. Dein Hengstchen. Auf jeden Fall Mörchen an den guten Mann. Hat er gut gemacht. Und ja, bin sehr gespannt. Eine 84. Ja, aber alle irgendwie um die 35, 34, 36 rum. Ganz so schlecht sind sie dann auch nicht. Ist steigerungsfähig, aber das wird schon. Ja, dann sind wir hier bei diesem kleinen Mädchen hier. 659 GP. Wir haben 10 Very Good. Da haben wir, ja, auch um den Dreh rum. Ihr seht, also in den ersten Top 40 sozusagen. Doppel E, Splash White 1. Da ist auch Dimasolon, der Vater. Dann haben wir hier einen Norman Kopfholen. Eine kleine Stute mit 591 GP. Ein E, ein A. Und da ist der Papa. Er hier. DAP. Hatte ich die Hoffnung, dass da so ein bisschen diese Farbe bei rumkommt. Aber gut, da muss man dann mal gucken, wie die Entwicklung bei den Konfis ist. Die habe ich im Moment total verbaselt und irgendwie zu wenig Zeit dafür gehabt. Aber gut, das kommt jetzt alles. 599 GP hat dieses kleine Mädchen hier eine Norika-Stute. Farblich finde ich sie echt toll. Sie hat 2, 4, 6 Very Good. Und das ist der Papa. Das ist Queek. Der steht bei M. Summers. Und ja, so in der Art wird sie wohl aussehen, wenn sie erwachsen ist. Getestet habe ich auch schon. In den Top 10 auf jeden Fall drin. So kann es weitergehen. Dann haben wir hier ein Fuchsfohlen. Eine kleine Fjord-Stute mit 538 GP und 5 Very Good. Papa ist in dem Fall Phoenix Hager. Der steht auch noch bei mir im Stall. Und ja, von der Mähne her, das könnte, könnte das ein Flexen sein in der Art. Aber ich glaube, die haben auch alle nur so diese Mähne. Ich denke, das wird eher so sein wie die Mama. Die übrigens auch schon ein bisschen was älter ist. Und insofern werde ich die Kleine wahrscheinlich sowieso behalten. Einfach als Nachfolge. Dann haben wir hier von meiner lieben Flecker ein Stutfohlen. Und ich bin so happy. Nachdem Flecker mir in den letzten Malen nur Hengstfohlen gegeben hat, ist jetzt endlich mal ein Stutfohlen dabei. Hat leider ein Average dazwischen. 6 Very Good dabei. Und 686 GP. 1 E, 1 A, 1 Silver Splash White 1 TO. Da ist halt eben dann auch der Flexen Hengst, der Vater. Woher dieses Average kommt, ja, manchmal weiß man es auch gar nicht so richtig. Dann haben wir hier eine Finhorse-Stute. 680 GP. 1 E, 1 A, Silver Splash White 1. 1 und 2, 4, 6. Very Good. Da ist der Vater bei Gisela. Ja, okay. Da hatte ich noch Samenfläschchen und habe das dann da halt eben genommen. Ja, muss man mal gucken, wie sich die Kleine entwickelt. Im Moment ist sie eher, geh mal zu Gisela. Aber da muss man dann auch noch mal gucken. Manchmal entwickeln die sich ja doch noch mal anders. Dann haben wir hier ein 7 Very Good Perlino Rowan Fohlen mit 624 GP. Hier seht ihr es. Und, äh... Ja, Papa ist Waging River. Und daraus ist halt eben dann dieses Perlino Fohlen entstanden. Muss ich auch mal abwarten, wie es sich so macht. Aber halt eben auch nicht ganz so schlecht, wie ich es halt eben erst befürchtet hatte. Dann kommen wir zu den Quarter Horses. 761 GP, Doppel E. Und ein Rabicano Träger auf jeden Fall. Das ist, äh... Ja, Rabicano Träger technisch, ähm... Glaube ich, mein bester. Also, von dem GP her dann, ne? Äh, zwei Very Good leider nur. Ähm, könnte da natürlich besser sein. Klar, getestet ist er noch nicht. Da muss man dann mal gucken. Aber erst mal von den Farben her auch schön, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Dann haben wir hier noch ein Stutfohlen bei den Quarter Horses. 671 GP, Doppel E, Perl, Dunn, Silver, Splash, White, Eins und Rowan auch noch dabei. Hat zwölf Very Good. Und Vater ist Famous Knight. Den habe ich mal genommen. Da habe ich Gisela mal gefragt, ob ich den ausleihen darf. Hat sie gesagt, selbstverständlich. Dann haben wir hier noch ein Stutfohlen bei den Quarter Horses. 721 GP, ein E, ein Silver, Ove, Ro, Splash, White, Eins und Rowan. Eins, zwei, drei Very Good. Und da ist Union Flair. Der steht bei West-Paris Kisses. Das ist der Papa. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung auf ein hohes GP. Wobei das ja eigentlich, wenn man bedenkt, dass die Stute nur 652 GP hat, schon gut gelungen ist, muss man schon sagen. Aber kein Rabicano oder Rabicano-Träger. Einfach nur so nebenbei. Das mache ich ja auch noch. Dann haben wir hier noch ein Stutfohlen mit 692 GP. Ein E, ein A, Silver, Doppel, Splash, White, Eins. Hat elf Very Good. Und ja, da ist Nightcrawler, der Vater. Da gehen auf jeden Fall auch Möhrchen hin. Dann habe ich hier noch mal eine Vollrabbi-Stute. E, A, Splash, White, Eins, Doppel, Splash, White, Eins hätte ich fast gesagt. Und Rowan mit 702 GP. Da ist auch Nightcrawler, der Vater. Dann habe ich hier noch mal eine Stute, weil ein Quarter Horse ist 760 GP. Da ist leider ein Average im Galopp. Drei Very Good. Doppel E, dann und Splash, White, Eins. Da ist auch Union Flair, der Vater. Also kein Rabi. Dann haben wir hier noch ein Doppel E, Doppel A, Champagne. Doppel Splash, White, Eins, Rowan, Fohlen mit 706 GP. Und zwei Very Good. Ist natürlich ein bisschen wenig Very Good. Auch Nightcrawler, der Vater. Und dann kommen wir mal nicht mehr zu den Quarter Houses, sondern zu den englischen Vollblütern. 617 GP, da habe ich leider jetzt noch nicht getestet. 1, 2, 3, 4 Very Good aber. Da habe ich mich super drüber gefreut. Und das Average ist in Borg. Also das geht auch noch einigermaßen. Getestet ist es noch nicht. Vater ist mein Fantasy Dinner. Der hat seine 4 Very Goods wunderbar vererbt. Und ja, Gott sei Dank nur ein Average. Ich bin so erleichtert. Mal gucken, wie dieses Fohlen sich halt noch machen wird. Dann haben wir hier ein Hengstfohlen bei den englischen Vollblütern. Dann 614 GP. Da sieht es nicht ganz so schön aus. Ein Very Good, zwei Average, ein Below Average sogar. Auch da habe ich Fantasy Dinner. Ja, die Verpaarungen hat nicht ganz so hingehauen. Aber das ist manchmal, kann ja nicht alles gut gehen dann halt. 640 GP bei dieser kleinen englischen Vollblutstute. Drei Average. Und Papa ist hier der Flexen Hengst. Ist ein Flexenträgerin jetzt. Aber muss man halt mal gucken, wie sie sich dann halt eben in den Confis macht. Ob ich sie behalten werde oder nicht. Aber als Flexenträgerin weiß ich jetzt nicht, ob da drei Average so toll sind. Muss man dann auch mal gucken. Dann haben wir hier noch ein Hengstfohlen. 617 GP. Ja, der hat sehr hier geschrien, was Average und Below Average angeht. Auch da ist Flex, äh, Flexenträger. Den werde ich aber wohl in den Verkauf geben. Und einfach mal gucken, was so, äh, passiert. Wer also den kleinen Mann haben möchte, der darf sich sehr gerne halt eben dann melden. Hier haben wir 605 GP. Last but not least. Nochmal ein Hengstfohlen. Auch hier, ja, wenigstens ein Very Good dazwischen. Zwei Average, ein Below Average. Auch da ist, ah ne, da ist Explosive Skies, der Vater. Auch ein Flexenträger. Und da muss ich dann auch mal gucken, wie die Konfi so sich ergeben wird. Ihr Lieben. Einmal durchatmen. Video ist geschafft. Und ich hoffe, es ist euch nicht zu lang geworden. Ansonsten, ja, man kann das Video ja auch splitten und, äh, halt eben dann nochmal weitergucken. Wer bis hierhin durchgehalten hat, vielen lieben Dank. Die Besuche kommen auf jeden Fall auch noch. Da keine Sorge haben, die habe ich nicht vergessen. Da wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zusehen, ihr Lieben, dass ihr immer wieder dabei seid. Das freut mich immer wieder sehr. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.